Können wir trotzdem Schiwana gehen? Wer zum Fick ist geargüriert? Glaube ich. Danke dir, Sira, für den Satz. Ich kann nicht mehr chatten seit Wochen. Ich bin zu sagt, ich soll meine E-Mail verifizieren. Und dann mache ich das und dann kommt das zwei Minuten später wieder, halt. No wait. Wir können das ja ausstellen mit der E-Mail-Verifikation. Wo macht man das denn? Oder ist das immer drin? Ach, ich weiß doch nicht. Ich muss das ñ Oh, nothing. Hey. And the IRL, oh, fuck. Wait, what? Hatte ich meine Rune nicht gesaved? Alter, wie kann ich denn bitte so krass inten? Mein fucking Gott, no. Das ist so ein Desaster. Alter, das sind so Justus Runen. Ich meine, nicht mal Kong Crow oder so. Ich weiß nicht, was ich mache. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Lethal Tempo, Shyvana. Like. Was bin ich mit dem Scheiß? Wir gehen trotzdem AP, oder? Irgendwann trotzdem der Scheiß und so. Ehrlich gesagt, ich glaube, ich gewinne das 1v1 gegen Lee deswegen. Also immerhin haben wir einen Vorteil. Weil der Chaos ist nicht gut für das Wombly Womb. Masches ist gut mit lethal. Ja, oder? Ja. Stefan ist gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, warum wir ihn alle flamen? Ja. Ja. Und so wird den damit komplett gebullyzt. Ja. 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 Das ist doch eine Womb. Ja. Ja. Sp. Ja. 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 Ok, es ist fein. Wie hat der mich da gepoffen, so? Oh, eh? Alter, actually, Gaia. Worth. Zehzer, Worth. Ja, die sind zu denken, die wären cool, wenn sie Level 3 hinwenden und dafür 3 Camp skippen. Ja, die was gefehlt vielleicht, könnte es sein. Die enemies of Demacia will fall. Just come, deine Waffe ist so egal. Die Waffe ist so egal. Die Waffe ist so egal. Aber da ist er geklappt, nice. Die haben zwar nicht gemacht. Die Waffe ist so egal, wenn sie das schafft zu defenden. Oh mein Gott, Lee, nein. Er geht in den Empty Jungle. Oh no, oh no. Er hat es so verkackt. Ich bin zweiter über ihm. Oh mein Ass, so fucked. Der Typ ist doch hundertprozentig gefillt, oder? Hat er nicht auf meine CS geguckt? Was? Ich war doch Fablan. Okay, joke. Hm. Ist ein bisschen wack. Der Typ kommt halt jetzt gerade. Wie kann die Leblanka sterben? Wie kann die Leblanka sterben? Ich bin ein Schraubcher. Das war's für heute. Illy ist leider wieder ein bisschen zurück im Gamble durch den Killen, ja. One shot, one kill. Wie sieht's aus mit Red Invade? In die 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 Nehmt die Botwinne sind. Ich habe das Problem, aber ich habe das Problem. die hat sich einfach gerade gezeigt warum ist er auf topside nicht mein red genommen nicht mein red genommen er ist jetzt nicht mein red aufgenommen meine komplette zeit ist ab meine komplette zeit ich will gleich drei level über dem wenn ich hier nicht falsche grunde hätte würde ich sagen game over ja ich bleibe verschwunden wo hat er seine jungle lizenz herbekommen kannst du nicht so jagen der kann ich sein ernst sein die tempo hat die man auch nicht noch irgendwas weil ich so fett es ist so crazy wir können direkt nach dem grumpen der trallt wow it's end hätte ich getan wenn die annie ich will jetzt gerade sagen wenn die annie stärker wäre aber ich meine sie ist schon stark ne vielleicht als drittes vielleicht geben wir gar keinen mythic soll die hammer hochgehen ne der dragon ist zu viel wert ne die bots hat von ihm auch somit das fach das hat man doch gerne der sieht es nicht ein dass wir pushen oder wie die 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 der die 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 Ja, die haben wir nicht. Kannst du das mal übersetzen? Ich verstehe das nicht. Hm. 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 Wieso sagen, dass ich Rang 1 verdient habe? Da steht nirgends wo Rang 1. Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Oh, defiltempo proc? Boom. Look. Is this actually broken? Is this new tech? Is defiltempo new tech? Der ging aber wild. Wild vorbei. We brand- Milky Way. Oh man. You're dead. But it's just it's so good. We can't believe it. We can't control it. I smell a beer. That's true. My team has destroyed the current. I've избred to have a fire, I've got a fire. Let's go. Ich werde hier nicht ulpen. What the fuck? Warte, es kült sich fast wegen den Nami. Ich glaube, ich endlich kriegen wir, oder? Oh mein Gott. Ich werde verfliegen. Welcher ist willkommen? Hahaha. Okay, werden wir mal schnell. GG. Und dann hier die LeBlanc oder Kamel. Beide haben eigentlich schon gut gespielt. Oh LeBlanc. Uh, 18 Punkte. Nice, juicy. Okay. 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 Jetzt mal.